Hallo, heute stellen wir euch unsere Kaninchen vor. Das hier ist ein Bebenkopf-Zwergkaninchen und... Du sagst so. Nicht ich. Okay, hier sind viele andere Kaninchen. Zum Beispiel hier. Diese Hafe ist... Diese Kaninchen ist orange. Blau. Okay, das hier ist die Letztkopfkaninchen. Das war die Flixnase. Das hier ist ein Schlappohr. Und der hat so süße kleine Ohren. Und der ist ein Männchen. Ja. Das ist ein Schlappohrkaninchen. Und der ist weiß mit braunem Blöckchen und braunen Flecken. Die Kaninchen leben... Viele Zwerge. Zeug? Grünzeuge. Das hier ist auf jeden Fall ein Medienkopf. Der ist orange. Und... Ist ein Männchen. So. Auch so schwarz. Und sie haben auch ein klein weißes... Und einen kleinen Strich hier auf der Stirn. Und sie trinken gerne Wasser. Und sie trinken gerne Wasser. Oder Regenwasser. Und Schlappohr legt sich gerne hin und schlaft. Ja. Am liebsten auf dieser Stelle. Ja. Für diese kleine Ebelnase... Frauennase... Der... Sie ist das Kind von... Und... Und hier dahin. Kannst du dahin gehen. Okay. Die ist davon. Ja. Süß. Ja. Jetzt darf man nicht sicher sein. In der Ecke rum. Ist denn kalt, aber heute ist so ein paar Tage. Und... Und sie liegen krass. Das weiß man auch. Mhm. Und sie lieben krass. Und sie lieben so kleine Blätter. Und sie lieben zwei. Das nennt sie auch. Okay. Und die sind auch sehr nah. Ja. Sie haben ein großes Gehege. Und... Zwei Schlafnester. Und zwei... Schlafnester. Weil das... Zu viel Sonne ist. Dann können sie hier... Drinnen sein. Und wenn es auch mal ein bisschen zeichnet. Das ist hier ein Dach. Dann können sie hier draus auch ein bisschen spielen. Mhm. Und sie graben auch sehr gerne. Sie graben hier. Und hier. Und hier. Mhm. Das waren auf jeden Fall alle unsere Hasen. Wenn ich das Video gefallen hätte, dann lass uns einen Daumen nach oben. Und abonnieren. Und zum Kanal. Tschüss. Tschüss.